so grüße an alle netz da draußen diesmal von funkopop animation my hero academia nummer 786 best jeans ich habe diese auch diese serie habe ich noch nie geguckt aber ohne scheiß wenn man sich eine jeans einfach mal das ist ein poli aussieht wie eine jeans i don't know egal wir packen das ding jetzt einfach aus ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dieser figur ich werde mir die gleich noch mal angucken mal gucken vielleicht gibt es ja noch so abgedrehte figuren aber die sind ja relativ normal aussieht mit einer komischen maske aber ich habe natürlich mir den best in jean list der mich einfach nur noch hardcore verwirrt so auf jeden fall so sieht das figürchen aussieht ganz nett aus keine ahnung was er hier von den dingers in der hand hat vielleicht weiß dass einer von euch keinen plan und dann poli der aussieht wie eine jeans als maske i don't know ich bin verwirrt ja ok auch der wird bei mir irgendwo hinwandern ins regal ich wünsche euch einen wunderschönen tag lasst mir gerne ein abo dann kommentar da link ist unten runter bis denn dann tschaui 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 tschaui